Vierter Streich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein am Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen, nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen sinnen aber schon auf Possen, ob vermittelst seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag war und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle, saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hält sie in seiner Hand. Aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu. Und mit Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Und vor Dankbarkeit so dann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freude, ist doch die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tabakdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lempel, der, Gottlob, lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz wie die Mohren. Und des Haares letzter Schopf ist verbrannt auf seinem Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lempel leiten seine Amtestätigkeiten? Worauf soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich. Doch der fünfte folgt zugleich. Diese hinsen ist vorles, Rücken zufrieden die Puttingelasin, Das war der Lehrer, Brüte�ancein. holt, soll den Fertig được für die PPE verwenden,